Und jetzt meine Teiere Freimtapurwärter in Mameloshin in Jiddisch. Ihr wisst, die alle Säderes, was wir lernen jetzt, und die Säder, was wir gelähnten, in der Schule, hat sich herumdauten, wie also Jiden gewähnt, Verschleifte mitzureien, wie also in der Rabbi die Schule haben geschickt, möchte Rabbi ihn und sein Bruder Arnachöin, und zu sagen, Pari, Meloch, mitzureien, als wir kommen auf dem Verschleifte der Makis, wie ist die zehnte Makis, was sie gewähnt, die Makis von Markus Becheris, was die erste Gebäude sind in alle ausgestorben, was das hat gebracht dazu, was Pari, hat auch das jüdische Volk von Metschreien, und sie sind gegangen in den Midbard, und sie sind immer gegangen in den Miamshuf, und, was mit Kabel gewähnt, später die Gehörm der Türe. Aber es interessant ist zu bemerken, wie also ich, was sie da vorgekommen, wie also ich es hat passiert, wie sie kommen am Makis auf die Goyen, Bescheid sind sie gekommen auf die Metschreien, auf die Ägypten, sie sind gekommen am Makis, sind sie gewohnt, sie haben angefangen zu sagen, oh, der Rabbi ist das Zadik, und der Rabbi ist das Gericht, wir sind schlechte Menschen, wir sind, nein, wir tun nicht gut, und wir haben, wir peinigen jeden, da kommt es die alle zu, also ich weiter. Der Norden erzählt uns Türe, war ja Pari, gehe heiße Hörwoche, aber Pari hat aber gesehen, dass sie es im Gewohnen ein bisschen geringer, wie also ich das gewähnt. Bescheid sind sie, dass sie das Gericht mit Metschreien, und sie sind gebeten mit dem Rachwim, also Metschreien, sie sind sie zu, also sie sind sie zu, wer in Gringern, sie sind sie zu nehmen in der Mekke, und Metschreien, sie sind sie zu nehmen in der Mekke, ist das Zehnein, die Pari hat nur gesehen, also sie sind gewohnt, dass sie den Gringern, sie sind sie gewohnt, sie sind sie zu nehmen, sie sind sie gewohnt, schwerer der Herz, vielleicht schon mal, weil sie sind die Bar-Achim, dass sie nicht so gehert, dass sie mit der Rabbi ist das Gericht. Er gewöhnt der selbe Röscher, was er gewöhnt, allemal durch die ganze Zeit, und es hat sich gehofft, kein Schum sagt nicht, also er hat gelogen guten Tränen, also er hat gelitten, Zorys mit Jesu Rimm, und er geschriegt, G-Achim hat zadeg, und er hat sich geschrieben, dass der Rabbi ist der zadeg, goi, nehm doch zu von mir, die alle Zorys. Also wie der Rabbi steht, zu genümmen von dem Zorys, ist es ihm gewohnt, ein bisschen leichter, aha, der selbe Chepermann hat, der selbe Röscher, was er gewöhnt, er hat nicht getogen, er hat nicht geglebt, er hat nicht geglebt, er wird fried geglebt, und er hat nicht gehalten, man machen besser für Jiden, und er hat sich gepeinigt, weiter wird sich gepeinigt, die ganze Zeit, also erzählt uns der Heliketeur, wo das ist doch der Dörfung, von Röschäum, Arosche, wie Schaßet, und will nämlich peinigen Jiden, also peinigt dem Asse, während dem bitterem Finster, ist damals los der Rob, nur als Tome geht dem ein bisschen, es geht doch ein bisschen besser, der Erste kommen, der Erste Kaporehindel, ist der Jid, der Erste, was nehme zu wem, aber es ist ein Zorn, ist auf dem Jiden, und wir gewinnen, aber die ganze Zeit, mit Titel, und in alle Finstere, und in alle Pogromen, und in Inquisitias, und also weiter, nicht alle mal gewinnen, sondern die Jiden kommen, so kommen wir noch, aber zu gehen, das war ein Magdeich, wenn ich sage, aber man will wissen, von dem darf man sich auch lernen, an Musa Haskell, man darf sich auch lernen, an Lehre in dem tagtäglichen Leben, und man darf verstehen, als das, was hat sich auch gespielt, bei Pari mit den Jiden, mit dem Magis, das spielt sich ab, jeden Tag, mit allen schlechten Menschen, was bringt das, beschafft er Menschen schlecht, und er tut Schlechts, als er es kommt auf ihn, als er wird im Finstern, und bitte, fangen Sie uns zu werden, froh und unheilig, und Sie fangen und schreien, zu dem Ebersten, und er weiß noch nicht, was das Zadigum zu senden, was ist, eine Sache, er soll aufhören zu kränken, er soll aufhören zu leiden, er soll werden besser, er soll nicht dafür, dass ich viel, ich zu haben, er soll nicht verliehen, dass ich viel Geld, der Business soll besser werden, und er soll weiter, als sie wie noch, es wird aber ein bisschen besser, aha, derselbe Bandit, was er als früher gewinnt, derselbe Roche, was er als früher gewinnt, und er tut dann derselbe, gezogen, wie ein unsinnig Punkt, dass er wird gesinnig früher, ein nechtiger Tag, er soll werden besser, doch kommt man uns lernen, am Musa Haskel, man lernt uns, aber es soll wissen sein, mit den Ebersten, können wir es auch nicht spielen, wie sagt die Welt, he who laughs lasts, laughs best, der was lacht, zum Sauf, der Letzter, er lacht der Bester, und bei Schatz, wir gehen da, kurz zu einem Säbenn, der Maschpilzer, mit den Normen, und sie kennen, auch noch nicht, sondern wir können auch nicht, aber nicht mehr so sein. Aber nicht mehr so ist, wie als ich komme, das Säbenn, zu einem Säbenn, der Amor, als es wird besser, es wird gringer, dass er denn, wenn du Spilzer, mit der ZEI, sagt, okay, Schwerer, ich will zum Beispiel, gut, und ich mache es ein bisschen besser. Sie hat ein Kring gewählt, nicht mehr sehen, was er hier hat. Und wie bald, als er weiß, wie es wieder, als er sind dieselben verdorben, die Menschen, die sind gewählt, als er sind nicht nur moralisch, und geschäumt, wie sie sind gewählt, so sagt der Rabbi nicht, wie es da was, Kinderlach, okay. Jetzt, er gibt mir ein Sitz, mit dem Gedenken, auf eine lange Zeit. Und er peinigt ist, er schickt, auf sie wieder einmal, krank, mit Jesu, mit Zorris, mit allem Beißes, bis auf, auf, sie kommen zu dem, und der Herr, und zum Verstand, dass er so ein Wissen sein, dass er da, aber nicht nur auf der Welt, mit dem, dass er nicht verschäppt, mit seinen Kindern. Und da, meine Teiere, Frank, will ich doch sagen, bei ihm, ich glaube, was mir geht, er guckt in die Welt, und es etwas zutzt in die Welt. Leider, wenn ich sehen, die Arabien, ist leider noch nicht, dass er gut auf der Welt. Wir leiden noch plenty zu uns, und noch plenty Sonnen auf der Welt. Sie sitzen in dem UN, und unsere Sonnen sind in die Baral, und sie sind mitten, die sind in Israel. Und wo sie haben noch eine Gelegenheit, die mussten haben noch eine Möglichkeit zu tun, Schlechts, ihre Drehbüche soll abhieten, sie sind in die Gretchen, das zu tun. Und als er kommt auf sie, auf die Fensteren, Apolle, es wird sie Fensteren, bitte, fängt er an zu schreiben, Herr Schämerzadig, Drehbüche, die Gericht. No, die Jieden melden, sie schärfen die Jieden, also weiter. Und also, sie wird sie noch ein bisschen besser. Aha, wieder einmal, ich verschärfen, man sagt, mit den Jieden. Und also, es wird in das persönliche Leben. Ein Mensch, Rachmanin, letztendlich, Sündigen leben und er fängt an dem Leben am Mieschen leben. Und er kann es tun, er gasselt, und er tut noch verschiedene Mieschen Sachen, was es nicht schämen, ich verrämmen, ich verzei mich brauchen, ich verzei die Kinder und ich verzei die Gesellschaften, also weiter. Nur, wenn er wird krank, er fängt an zu kranken, oder es passiert bei einem einen Unglück, fährt er mit dem, sehr frum. Und wenn er ist, es wird aber ein bisschen ein gringes Trick, es scheint dasselbe, aber man muss sie gewöhnen früher. Kommt, sie geht in die Töre, und sie sagt uns, und lernt uns, dasselbe, was gewöhnen bei Pari, was sie gewöhnen seinen Sof, der Sof, er gewöhnen, wenn man dem, aber wege, aleckta, jo, darfst du wissen, Kinder, euch oibir machen, dem Spiel, oibir will geben, und er sollich so gangen, er sollich so gangen, dasselbe, apolle, was Pari hat galt, was die Rechet, schuldige, lebe ich so machen. Und bei Meile sollte ich so spielen, und ich sollte schon nie alle Sachen. Ist das ist, erstens geht, aber es geht zu der Welt, der Message. Bischig sei, aber sie sollen wissen sein, und sie sollen nicht meinen, dass sie sind ein Krieger von der Meiberschen. Und sie sollen schon alles ausgearbeitet, wie sie wollen. Besätter, die bekehren nicht, aber es kommt jetzt vor in der ganzen Welt. Doch sie sollen wissen sein, aber das muss man jeden nicht verzeppen. Das ist die erste Sache. Und, die zweite Sache, sagt man, jeden einen, mit seinem persönlichen Leben. Das ist der Moment, dass ihr Leben ein Leben von Sinn und ein Leben von Immoraligkeit. Und der Moment, dass ihr Leben ein Sammelsort Leben wird kennen, ob dann Koldau, also Schabrölem, Gawnen und Gaseln und Wehton jenen und, 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 und Reißen Stieker von jenen und es hat ergonnisch passieren, macht er der größten Tore. Der Sovhut hat sein, die haben demselben Sovhut aus Pariöt gehad, wo es alle Mitzriemen gehad. Und, keiner will das erwarten, nicht sterben. Soll der Rabbinische Löhne helfen. Amir sollen nicht auf den Mund kommen zu dir, alle Sachen. Amir sollen sie schaffen in Zeit und verstehen und wissen sein. ordentliche Menschen. Man darf so rufen ordentlich. Man darf tonen als denken auf einem feinen barbatischen Eiffen und amoralischen Eiffen. Und das wird sein, weil wir erwarten, erwarten sicher sein zu sehen, wie der Rebeste wird so führen mit uns wie eine gute Tate und seine gute Kinderlach. Und der Rebeste wird auf uns rachmonisch haben. Und erfreien unsere Herzen. Und der Rebeste wird uns schicken. Menschen erzählen, weil wir uns erwähnen von dem Golos und sehen, also Jiden sollen sein der Stolz von der Welt, der Glanz von der Welt. Was sie sehen bei Emes, was sie sehen das bei Emes, die alle Zeiten. Nur wenn den Kolsmann mal liegt unter der Schäume, setzt sich das ein Schreis. Wenn scheint A, A, Stern, wenn es wird fünster. Damals setzt man die Lichtigkeit von der Stern. Und also ich habe gesagt, wenn es etwas auf finsterer Welt ist, soll der Ewigste helfen, das soll werden lichtig auf der ganze Welt und lichtig bei uns jeden und wir sollen alle aufgericht werden, aufgerecht werden mit alles, was wir da vorben, sei körperlich und sei geistig.